Und hier sieht man schon Beton? Ja, das ist unser kleines unternehmisches Geheimnis, wie wir in Berlin vernünftig an Beton kommen. Wir mischen ihn einfach hier vor Ort selber und sind damit so flexibel, dass wir ab 0,3 Kubikmeter bis alles hochmischen können. Wir haben immer genau die perfekte Menge vor Ort und sind damit natürlich auch ökologisch gesehen sehr wertvoll dabei, weil wir keinen Beton verschwenden. Wir können immer genau das anrühren, was wir auch verarbeiten und produzieren können. Dazu kommt natürlich in Berlin eine Verkehrssituation, logistisch schwierig, wenn man LKWs anfordert. Die kommen erst gegen 9 oder 10 an, wenn Stau ist, morgens Berufsverkehr. Damit sind wir komplett unabhängig und flexibel. Und gerade mit der kleinen Menge ist ja perfekt. So verarbeiten wir glaube ich am Tag zwischen 10 und 20 Kubikmeter Beton in den besten Zeiten. Ist auch verlegbar, jetzt nicht schnell mal auf den LKW gestellt und zum nächsten Projekt gefahren, aber die ist relativ zügig abbaubar und wiederaufbaubar. Sie ist für Großprojekte jetzt angesetzt, dass wir diese auch weiter verwenden wollen. Aber gehört die euch oder ist die gemietet? Das ist unsere. Das ist eure. Genau, das ist die kleine von der großen, die wir auch haben. Also ich glaube, das ist jetzt auch so ein kleiner Traum von jedem Galabauer. Eigene Betonmischanlage. Das ist auf jeden Fall Betonmischen im Groß. Ja. 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 Ja.